So, da sind wir wieder. Ich hab mal ein kleines Päuschen gemacht, letzte Folge. Und ich check jetzt erstmal aus, was hier so abgeht. Joa, ein paar Handschuhe können wir anziehen. Sonst nur Crap. Du solltest sie dir mal ansehen. Nein, hab ich aber keinen Bock drauf, du Wichser. So, schmeiß die Scheiße weg. Dann gehen wir noch den Schmied upgraden. Erstmal reparieren und blum, 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 blum. Geil. Und nun? Machen wir ein paar Hunde machen. Was haben wir denn Neues bekommen? Nix. Was haben wir denn hier? Wir haben das maximale Mana um 10% regeniert, 1% das maximale Mana. Das Brutekunde. Hm. Oh, irgendwie unnötig, oder? Egal, komm, wir geben Gummi. Hochleinkreuzung. Und los! Schauen wir mal, wo wir... Wo sind denn meine Hunde schon wieder? Äh, das ist so ein EP-Brunnen. Die sind ganz cool. Wir geben einem immer EP. Gut. Also seht ihr diesen kleinen, orangenen Punkt? Bis dahin hab ich jetzt quasi extra Erfahrung. Aber nur, solange ich nicht sterbe. Da sind meine Hunde. So, lauf mal mal zu der Stelle, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Stürk, stürk. Stürk, stürk. Und seitdem ich die Legendary-Waffe hab, geht das hier echt gut ab. Gut ab, das geht gut ab. Toll, macht ja gar nicht kaputt. Nein. Lollollolloll. Oh, eine Truhe. Komischer Krempel. Aua. Äh, lass mich durch. Bam, 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 bam. Gold, 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 Gold. Sorry, da ist so wenig Rede, aber ich bin echt müde grad. Ich bin schon die ganze Zeit am Zocken. Ich war einmal kurz Pause eben, macht. Sterbt doch alle, ihr Mongo-Gesichtigen, Mongo-Gesichter. And give me your gold. Lollolloll. Lollolloll. Was spielt denn der Nico eigentlich? Was spielt denn der Nico eigentlich? Schauen wir doch mal. Seasons. Exendoktor. Spielstufe 68. In 8 Stunden. Na ja. So, jetzt zeigt mal die Flottenangriffe, die er sich vollfindet. Warum die nächste? Oh, jetzt hab ich mir gerade sein, äh, Dings angeguckt. Der fragte mich, ob wir eine Pfeife rauchen. Okay, das machen wir grad noch fertig hier. Lalalalalalalala. Lass niemanden an mich ran, oder was? Wollt ihr sagen? Yeah, Level 20. Geil. So, machen wir denn hier, ähm, kritische Trefferchance, jo. Da fragt mich der Nico, jo. Und bis zur nächsten, äh, Folge, wo wir dann Level 21 machen. Viel Spaß, tschüss. Tschüss. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungspro... ...